Bei uns sind auch einige der Eisen zu Ascanius gelaufen. Wisst ihr noch, als Ascanius versucht hat, mit seinen Truppen Diakropolis zurückzuerobern? Jungs, bisschen flotter. Und wir sind hier nicht im Frontenverein. Heißen wir den mal ein bisschen ein hier, oder? Ich hätte nicht gedacht, dass diese gottverknuchten Schlampen da, die auch noch von uns ernährt werden, sich an dem Heiligtum Athens vergehen, die Akropolis einnehmen und uns das Tor vor der Nase zuschlagen. Ja, ja. Schichten wir die Äste und zwei hier zum Scheiterhaufen. Damit zünden wir das Tor und räuchern das Hexenbacke aus, oder? Ja, 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 ja. Geben wir hoch zur Burg und dann rammen wir am Tor. Dann schützen wir unsere Göttchen damit vor den Weibern. Ja, ja. 的話. Dann räuchern wir sie aus, dann sollten sie da drin ersticken. Ja. 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 Halt auf einmal! Soll ich das gut. ...-Sert alle Bände, die sind aha! ...-Bi-Fan-Bam! 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 ...-Shak-Han! ...-Bi-Fan-Bam! ...-Bi-Fan-Bam! ...-Bi-Fan-Bam!